3.15, 3.16 2.15, 3.16 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Meine Damen und Herren, bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Bitte die Herrschaften, die ihre Autos auf dem Feldweg hinter dem Gelände geparkt haben, bitte die Autos dort wegstellen, vorne auf den regulären Parkplatz. Es ist jetzt leicht zu erreichen und der Parkplatz wieder zum Teil frei. Alle Vereine, die am Best of Day teilnehmen wollen, schicken ihre Siegerhunde dann bitte in das große Zelt. Das große Zelt ist das vorletzte auf der linken Seite hinten. Schauen Sie mal auf der Website. Sie betreut, wie Sie erhalten, die die Autos auf dem Feldweg geschickt haben. Sie betreut hier vor der Website. Sie betreut hier an der Website. Sie betreut hier an der Website. Sie betreut hier an die Website. Sie betreut hier an der Website. Ladies and gentlemen, if you have parked your car on the small road behind the showground, would you please move them now, come round the showground, and you may park in the parking area for free. Thank you. . . . . . . . Vielen Dank. 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 Vielen Dank.